Willkommen, schön, dass du da bist. Wir wollen uns heute angucken, was es bei der Heiligen Jagd für uns zu gewinnen gibt. Die Heilige Jagd ist ja ein zeitlich begrenztes Event, oder Sacred Hunt auch auf Englisch, welches ihr nur im vierten Kapitel des Age of War hier spielen könnt. Ob es später nochmal auch wieder aufgenommen werden wird, ist theoretisch möglich, aber wurde bisher von Fankom nichts dazu gesagt. Einerseits handelt es sich bei der Heiligen Jagd um eine spannende kleine Geschichte, bei der wir gegen verschiedene tierische Gegner kämpfen müssen und auch letztlich dann Champions besiegen müssen. Wir haben hier den ersten Champion, den ersten größeren Champion, den wir besiegen müssen, aber es gibt auch noch einen anderen. Andererseits gibt es auch einige Belohnungen, die wir uns durch das Sammeln von krummen Zähnen, Gnarled Fangs, dann entsprechend beim Händler der Heiligen Jagd hier kaufen können. Im Detail habe ich gezeigt, wie diese Heilige Jagd genau abläuft und funktioniert und was ihr beachten müsst, in meinem Video zur Heiligen Jagd schon vor ungefähr drei Wochen. Ich verlinke euch das hier oben im Video und auch nochmal unten in der Beschreibung. Und wenn ihr Fragen dazu habt, wie das genau abläuft, dann könnt ihr euch das dort angucken. Lass uns mal angucken, was es alles zu kaufen gibt bei diesem Händler. Und das ist schon eine ganze Menge, allerdings auch, wie ich finde, sehr teuer. Deswegen muss man ganz gut überlegen, was man tatsächlich haben möchte. Außer man macht sehr, sehr viele von diesen Championkämpfen. Wir haben hier als erstes den Umhang. Da hatte schon jemand bei meinem Sipta-Video nachgefragt. Das ist eine leichte Rüstung, die es normal und in epischer Ausführung gibt. Und ja, ich habe sie halt zum Transmoggen benutzt. Es ist eben eine leichte Rüstung, die auch ein bisschen Beweglichkeitsbonus uns bietet. Auf jeden Fall sehr schick. Als nächstes haben wir hier die Stachelfallen. Die finde ich nicht so toll. Also ihr seht, die springen hoch, wenn man durchläuft. Ich oder auch ein Gegner. Und sie funktionieren eben nur einmal. Und dann muss ich sie händisch wieder runterdrehen, indem ich die E-Taste mehrmals drücke. Das ist ungünstig, finde ich. Als nächstes haben wir hier so ein Becken von Jebal Sack. Da kann man Nahrung für die Thrills reintun. Ob das funktioniert, hätte ich bisher noch nicht gesehen. Also meine Thrills haben sich jetzt in der kurzen Zeit dort nicht bedient. Als nächstes haben wir hier diese kleinen Pilze. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt erkennen kann. Aber das sind grüne und rote Leuchtpilze. Ja, die sind irgendwie ein bisschen zu klein geworden. Im Vergleich zu dem Lemurianischen oder zu der Lemurianischen Feuerschale. Die ist eben in diesem Design der Lemurianer aus dem Dschungel gemacht. Kann für viele Bauten, die man sich überlegen kann, durchaus nützlich sein. Aber es ist riesig groß. Wirklich, wirklich groß. Also ich glaube drei Stockwerke hoch oder zwei. Na, eher drei. Dann haben wir hier einen neuen Begleiter, den Jäger von Jebal Sack. Den könnt ihr auch kaufen. Und der ist gar nicht schlecht. Der hat relativ gute Startwerte. Und wenn wir ihn leveln, dann kommt er tatsächlich auf ungefähr roundabout neun bis zehntausend Lebenspunkte. Das ist ganz gut. Bekommt normales Futter. Und ist auf jeden Fall aktuell ein guter Begleiter. Dann haben wir hier eine Statue von Jebal Sack, die ihr euch aufstellen könnt. Und wir haben hier den Thron von Jebal Sack. Alles eben in diesem sehr rustikalen Design. Als nächstes haben wir hier dann Clan-Embleme. Und das, was ihr hier seht, also dieses blau-lilane, das ist das Clan-Emblem. Die Sonne ist ein Hintergrund, diese weiße Sonne. Wenn ihr eben einen Clan habt, dann könnt ihr das als euer Clan-Emblem benutzen. Als nächstes haben wir hier zwei Waffen. Einmal die wilden Clown. In der normalen und in einer epischen Variante. Und in der normalen Variante haben die Clown 11 Gesundheitsschaden und 8 Rüstungsdurchdringung. Und in der epischen Variante haben sie 32 Gesundheitsschaden und auch 8 Rüstungsdurchdringung. Dann haben wir hier den Schädelkriegshammer. Der hat Abtrennen in der Grundform 40 Rüstungsdurchdringung und 16 Gesundheitsschaden. Und in der epischen Variante hat er Abtrennen durch 40 Rüstungsdurchdringung und 46 Gesundheitsschaden. So, wie schauen die Waffen aus, wenn ich sie ausrüste? Ja, passt zum Stil von Jabal Zag, sage ich mal. Und dann schauen wir uns hier noch kurz die Krallen an. Können sich schon sehen lassen, diese Krallen. Ja, die Wandbilder, die vier kann man am besten im Dunkel erkennen. Wir haben da die Wehrhyäne, wir haben das Mammut, das Nashorn und den Panther. Die leuchten bei Nacht, tagsüber sieht man sie fast gar nicht. Also das ist etwas, was ja wirklich für die Nacht gut geeignet ist. Und das Gleiche gilt vielleicht auch hier für unsere Biolumineszenzpilze. Die leuchten bei Nacht auch. Da sieht man sie tatsächlich sogar mal. So, ich hoffe, dieser kleine Showcase hat euch gefallen und hilft euch vielleicht auch dabei weiter, was ihr gerne haben möchtet von den Dingen, die in diesem Event hier im vierten Kapitel für euch zur Verfügung stehen. Ich finde, da sind ein paar Sachen dabei, die mir persönlich gut gefallen, die ich gerne haben möchte und wo ich mir auch vorstellen kann, in bestimmten Situationen oder Rollenspielen oder so zum Beispiel so einen Thron zu benutzen oder die Wehrhyäne und den Wehrbären in meinen Zoo mit aufzunehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.